Manchmal zwingt einem das Leben zu einem Neuanfang. Eine Hirnblutung stellt das Leben von Erika Knopf und ihrer Familie auf den Kopf. Mehrere Neustarts- und Ortswechsel, das hat Salome Christiani erlebt. Und denselben Ehepartner noch einmal heiraten, das haben Ermias und Genett gewagt. Zurück auf Start im Fenster zum Sonntag.